Ich liebe meine Mutter sehr und bin gerne in ihrer Gesellschaft. Ein andermal halte ich es manchmal fast nicht aus, lange Zeit mit ihr zu verbringen. Das passiert mir die ganze Zeit mit Mami, dass wir uns einfach nicht entscheiden können. Die Kamera ist schon immer wieder unten, gell? Ja. Aber Mütter können einfach nerven, nur weil sie eben Mütter sind, oder? Väter wahrscheinlich auch. Das weiss ich halt einfach nicht so genau. Ja. Ja. Ja.